Der Südhafen Spandau ist ein Binnenhafen im Berliner Bezirk Spandau. Er besteht aus einem gelegentlich genutzten Oberhafen nördlich der Schuhenburgbrücke und einem Unterhafen südlich der Brücke. Der regelmäßig in Betrieb ist Beschreibung. Der Südhafen Spandau ist eine umlaufend gespundete Halbinsel in der Hafel. Der Südhafen hat eine Landfläche von 146.959 Quadratmeter. Er gliedert sich in einen Unterhafen von 101.369 Quadratmeter, der aktuell zum Umschlag von Gütern genutzt wird, und einen Oberhafen von 45.590 Quadratmeter. Der für sonstiges Gewerbe genutzt wird oder brachliegt zum Hafengelände gehören außerdem 26.222 Quadratmeter Wasserfläche des Havel-Althams. Im Bereich des Unterhafens befindet sich ein rund zwei Kilometer langes Gleisnetz. Ausgehend vom Frachtaufkommen ist der Südhafen der zweitgrößte öffentliche Hafen Berlins nach dem Westhafen. Dies sind auch die beiden Häfen, die in Berlin für den trimodalen Verkehr mit Anbindung an Schiene und Straße geeignet sind. Betreiber ist die landeseigene Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft. Geschichte Die damalige Stadt Spandau baute zwischen 1906 und 1911 den Südhafen am Tiefwerder aus. Sie ließ dabei zugleich die Havel begradigen. So dass zwischen dem Havel-Altham, heute als Unterhafen Spandau bezeichnet, und dem regulierten Fluss eine hochwasserfreie Insel entstand. Die Hafenanlagen auf der Insel wurden im Norden mit einem aufgeschütteten Damm an die Schulenburgbrücke und den Streso angebunden. Es wurde ein Bahnanschluss errichtet, der die Hafenanlagen mit dem Güterbahnhof in Ruleben verbindet. Bei seiner Eröffnung am 1. Juni 1911 war der Südhafen der erste Hafen der Region mit Gleisanschluss. Umgeschlagen wurden in den ersten Jahren hauptsächlich englische Gaskohle aus Hamburg, Walzeisen, Baustoffe und Zuckerrüben. Der Binnenhafen verlor schnell an Bedeutung, da er der Konkurrenz des Berliner Westhafens und Spandauer Nordhafens nicht gewachsen war. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Lagerkapazitäten für flüssige Mineralölprodukte erheblich ausgebaut auf ca. 40 Hoch- und 60 Erdtanks. Hierbei wurde das Gelände stark kontaminiert. Nach 1990 baute die BEHAL der Hoch- und Erdtanksgebäude und Versiegelungen teilweise zurück und sanierte die beschädigten Flächen. Entwicklung des Frachtaufkommens Der Südhafen ist heute ein Güterverkehrssubzentrum, in dem Fracht auch zwischen Bahn und LKW umgeladen wird. Seit 1999 ist der jährliche Güterumschlag von 1,7 Millionen Tonnen auf heute rund 500.000 Tonnen zurückgegangen. Nach dem Westhafen bleibt der Südhafen heute trotzdem einer der beiden mit Abstand führenden Standorte Berlins für den Güterumschlag. Eine Statistik des Berliner Senats zeigt die Verteilung der Fracht auf die Verkehrsmittel in 1.000 Tonnen. Per Schiff beförderte Güter werden im Südhafen ganz überwiegend abgeladen. Bei den Gütern überwiegt die Kategorie Erze, Steine, Erden U. E. vor allem sind dies zu Schlagstoffe für das Betonmischwerk am Unterhafen. Hinzu kommen chemische Erzeugnisse sowie Papier- und Forstprodukte. Beispielsweise Papierrollen für die Spandauer Zeitungsdruckerei der Axel Springer Say. Eine Übersicht über das Gesamtfrachtaufkommen per Schiff der letzten Jahre in 1.000 Tonnen nach Angaben des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg. Im Jahr 2015 wurde im Oberhafen das 400 Tonnen schwere Mittelstück der rekonstruierten Freibrücke vorproduziert. Am 3. Juni 2016 wurde es von dort auf einem Ponton zur Baustelle gebracht und mithilfe von Litzenhebern eingehängt. Sonstige Nutzung Im Oberhafen befindet sich seit 1986 eine Fabrik für Kosmetik und Reinigungsmittel. Im August 2016 soll auf dem Gelände für drei Jahre ein Containerstandort als Flüchtlingsunterkunft zur Unterbringung von 500 Flüchtlingen eröffnet werden. Ausbaupläne Die Behalla plant derzeit im Bereich des Oberhafens eine Stückgutlagerhalle mit Gleis- und Wasseranbindung. Zu einem späteren Zeitpunkt soll dort außerdem ein Containerterminal mit einer Stellplatzkapazität von 2500 TEU und einer Containerbrücke errichtet werden. Zum Schutz des laufenden Hafenbetriebes und der geplanten Entwicklung ist die Behalla gerichtlich gegen Wohnbebauung auf der gegenüberliegenden Westseite der Havel vorgegangen. Der Berliner Senat sieht im Oberhafen die letzte verbleibende Potenzialfläche in sinnvollem Flächenzuschnitt in einem öffentlichen Binnenhafen im Land Berlin. Besondere Potenziale ergeben sich daraus, dass der Südhafen Spandau direkt an der unteren Hafelwasserstraße als Teil des Verkehrsprojekts Deutsche Einheit Nummer 17 liegt, das eine durchgehende Verbindung für Großmotorgüterschiffe vom Dortmund-Emskanal bis Berlin schaffen soll. Auch für Schiffe aus Hamburg und über die Havel- oder Wasserstraße aus Stettin ist der Südhafen jeweils der erste Hafen, der auf Berliner Gebiet erreicht wird. Die Nutzung der Berliner Stadtschleusen ist aus diesen Richtungen jeweils nicht erforderlich. Karten und Bilder